gut gut um euch das mal so und das wasser lasst jetzt einfach mal da wobei ich bin mir nicht er hat kommen ich das jetzt ein fritz gut und schwinglich hoch aber ich muss auffassen dass ich nicht geautoband werde ja ihr wisst also sehr schön so oh mein gott ich dachte schon das wären silberfische aber pickzombies und da habe ich ein Schmiedbühlen runterfallen sie haben doch das sind silberfische da sind sie dafür ja das natürlich und das reicht so wirklich nein aber und im Moment zu gut das ist doof dass das selber verschüssen sind mag ich gar nicht da habe ich was gegen da habe ich was geht was ist da Willett schon ist das Willett schon oa ja das sind Willett schon Prozent wo sehr schön so ein bisschen Sicherung und dann machen wir das hier gut was steht da das ist gut ja ho ho das ist gut ein Schüttenort herr er ließ doch ja die Moritz hier danke war die Marke ja und so ein Schüttenart herr wenn es doch wird nie war auf dem Weg ist das kann ich nur und wird zu einem Tor erler ist möchte ich auch nicht dabei haben ist Rommel Oh mein Gott Oh mein Gott was ist das hoch ne das gibt ich mir nicht weil das gibt mit definitiv nicht das gibt Moment zerstört dass sie die Leitern oder ne natürlich nicht aber das Gelächsburg okay so nein 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 okay Session gut dann wieder safe runter würde ich sagen mhm mhm so ich denke das reicht oder ja sollte passen so ja sie ist die Map gefällt mir bisher ganz gut eigentlich sie gefällt mir bisher ganz gut muss ich schon sagen oh Melone gewachsen sehr schön sieht ziemlich schön aus oh hell yeah gut dann machen wir erstmal das hier zwei Stück ich sagte zwei so dann so und dann das Knochenmehl gut sehr schön gut sehr schön dann nehmen wir die Schüssel nochmal mit wo ist denn unsere Kuh ähm hä äh wir sagen jetzt bloß nicht die hat Suizid gemacht die Kuh hat jetzt nicht ernst so hat ne oder die hat jetzt nicht ernst auf Suizid gemacht die Kuh hat Suizid gemacht die Kuh hat Suizid gemacht ach die Kuh hat Suizid ja toll 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 alter ja muss schauen wie ich eine neue Kupel kommen weil ich meine ich konnte es nicht voraus sind dass die Kühle irgendwie Suizid gegeben das sehe ich nicht das sehe ich nicht aber wir werden jetzt erst mal ein paar Steine Moment wir werden jetzt Skelette form das machen wir jetzt erst mal gut dann oh mein Gott nein 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 okay wie habe ich das gemacht aber das funktioniert sogar sehr schön ja dann kommen als es mal ein bisschen und dann sollten wir aber langsam langsam aber sicher sollten wir dann ein bisschen Eisen suchen so war er gebraucht gut das geht sogar noch besser langsam aber sicher sollten wir echt Eisen suchen denn wir müssen ja nachher dort hin und wo Gott viele Monster waren und das ist natürlich ja gefährlich weil die zieht gerne Mom bisschen viel vor allem diese Picsom Wissen ja so zweitschwert ist nicht geworden das schlecht aber neuer auf Jolos Gugel das Projekt so ich hab gestern angefangen mein Zimmer aufzuräumen weil das war voll unordentlich und ich habe gestern so ein Video reingezogen habe ich plötzlich um Lust bekommen aufzukommen kann so so Bock gehabt man so meine Schulsachen die 3 gestellbar noch zu es wird hier nun zu ja jetzt war noch nicht fertig obwohl ich das fünf Stunden gab überall alles vollstaubel doch okay dann machen wir uns erst was in Deutschland was die Heil und 3 ist das ist nicht gut das ist nicht gut gefällt mir nicht ach wir haben ja Gockenstein wieso gehe ich da runter um Stein zu formen können wir auch hier machen so das reicht auch schon so jetzt haben wir aber kein Holz oder? ne hauen wir nicht na machen wir das hier ach gut gut reicht auch schon mehr brauchen wir auch nicht so die Melonen nehmen wir auf jeden Fall die Kuh hat ja leider das Suizid begangen von dem her können wir kein Essen mehr kein leichtes Essen mehr bekommen das kein leichtes in Gutes Essen so Freie hat Schweinkönlichkeiten bin aber nicht sicher ob da noch ein zweites Schwein unter irgendwo herumliegt beziehungsweise herumtubts deswegen kill ich das lieber nicht falls wir die Blüten müssen und dann ja ähm bisschen weniger schnell da hat er in Port doch noch mehr und ist klar ja Alter hör auf zu den Bord ohne was ja Skelettern die die Krüsten in Bord schön XP schöne XP und gefällt mir eigentlich ganz gut das mit dem XP und was mir auch aufgefallen ist seit es irgendwie seit der 1.5 oder seit 1.4.7 droppen ist die Drop Chance für Eisen und Eisenschwerter und so richtig klein geworden bei Skeletten und so müssen finde ich ein bisschen schade also da wo wo sie noch öfters Eisenschwerter Eisenschwerter Eisenschaufel Eisenhelme und so weiter getropped haben das fand ich viel besser das fand ich viel besser das hat richtig Spaß gemacht aber jetzt naja die Drop nicht wirklich viel was ein bisschen schade ist aber wer schreibt sie in die Kommentare wie ihr das findet somit am Trocken und ja dann machen wir die XP hier rumbocken oh AIMBOT AIMBOT ich reporte dich so wo haben wir die Farben hier das machen wir nämlich gleich wieder hin so ich kenne noch die Monster die da noch herugeistern und versuchen nicht zu sterben oder sehe ich glaube ich ich glaube es gibt das Werk auf jeden Fall ziemlich nice oh mein Gott oh mein Gott alter lol wie viel vorhanden ist gerade das zu den Eisenschwerter und dort mit schüttelter Taten sie ist das war krass das war richtig krass ja dass ich ein das gefällt mir oh mein oh mein meine Hände tun schon weh vom Blockketten und vom Schlagen auch mh aus meiner Rechte Hand versteht sich diese Sporte immer noch welche und oh oh ja übertreib jetzt mal komm schon ruhig noch und dann reicht es eigentlich auch man müsste nicht mehr sporen fürs Erste das uhr oh mein Gott wie zu spout aus r so okay okay erstmal alles einsammeln wackelt nein 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 doch okay 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 können das war gerade ein bisschen knabbel aber es war erst mal Pfeile vielleicht büten und so weiter vor der hieß vor dem ein potato besessen pakeet erbtein teile erwarten wir die vom Bissen mit Kartoffeln in es ist es ist nicht in der Kiste sich nicht das war sie mal mit all genau wir machen uns gleich ein paar Antibak in der Kartoffeln das auch gut ist als gut ist so aus es ist so okay das nix nicht die gewachsen und ja das war noch Monster okay dann packen wir hier so das rein ach wir haben ja noch Fackeln stimmt stimmt so um eine Axt brauchen wir während wir die die Backen die Kartoffeln backen fahren wir hier ein bisschen Holz und und danach was ist erstmal für diese Aufnahme Session und das wäre dann wahrscheinlich schon die dritte Folge oder die zweite mal schauen wie lang die Parts werden wenn mir noch nicht sicher so 10 bis 15 Minuten auf jeden Fall vielleicht 20 weiß nicht kommt ganz darauf an so schießt man hier ein bisschen die Mobse runter erlaub ich mir mal einen Spaß wir haben ja erstmal ein paar Teile so Snipe Pür also springt selber runter da ist ich dachte eigentlich die werden klüger aber der Zombie muss ja einfach mal von selbst runter springen und geht natürlich auch so easy ok ok Baumform ok werden wir auf jeden Fall bauen aber nicht in dieser Folge wobei ich hier wäre auch eine Baumform das ist eigentlich auch eine Baumform doch doch eigentlich schon vor allem wenn man hier sieht wie viele Setzlinge da sind also muss man schon sagen was ich auf jeden Fall mal versuchen werde und zwar jetzt ist ein Riesenbaum zu erstellen und nachher gehen wir noch kurz die Monster killen weil die nerven gerade ein bisschen mit ihrem bursch 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 das ist so so und scheint doch nicht will es halt nix will der Baum hat nicht wachsen so ja noch mal zwei Stück können denn wir wollen noch mal ein Schweres beziehungsweise zwei Schwerter ja komm wir können uns jetzt einmal zwei Schwerter zwei neue Schwerter doch wahrscheinlich zehn Stück oder so verbraucht gut gut hallo Mama wie ich immer so gerne sage oh mein Gott nein 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 oh mein Gott ich darf die Fackel nicht weg machen sonst okay gut dann schließen wir das erstmal wir geben uns nach oben und würde dann sagen Scheißbaum ähm ja ich würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme Session es waren jetzt glaube ich so zwei drei Folgen ich weiß nicht aber auf jeden Fall sehen wir uns dann ich esse jetzt erstmal leckere Mini Pizzas und ich hoffe es hat gefallen wenn es gefallen gib mir Daumen hoch und wenn nicht dann gib mir Daumen runter und wenn ihr Hater seid und eben auch einen Daumen runter ist mir eigentlich egal ähm Daumen runter zähle ich eigentlich auch als Daumen hoch aber naja wir sehen uns viel Spaß ne 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 Moment aber versteht es nicht falsch natürlich ist nicht die Zeit wenn die Daumen hoch gibt und mit uns gewachsen sind um ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und schuld gut